Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Frisches Futter für Veränderung. Bei uns gibt es Impulse zur Organisationsentwicklung und zum integralen Modell. Heute geht es um das Thema transformationsrelevante Technologien. Ich bin Matthias Rausch, einer der Gründer der Yellowbirds und nach dem Intro legen wir gleich los. Um transformationsrelevante Technologien zu verstehen, müssen wir uns die Innovationskurve in Erinnerung rufen. Dieses Modell, auch S-Kurve-Modell genannt, zeigt auf, wie sich das technologische Potenzial verhält zum Entwicklungsaufwand. Zu Beginn ist eine Technologie wenig leistungsfähig, es bedarf aber schon einer gewissen Investition in Forschung und Entwicklung. Zu irgendeinem Zeitpunkt steigt dann der Leistungsumfang sehr stark an und flacht am Ende wieder ab, eben eine S-Kurve. Typischerweise gibt es schon eine Substitutionstechnologie, die leistungstechnisch noch unter der vorherigen Technologie ist, aber zu irgendeinem Zeitpunkt eben tatsächlich dieses bisherige Leistungsmaximum der vorherigen Technologie überstreitet und die Technologie ersetzt. Innerhalb dieser Technologie gibt es zusätzlich einen evolutionären Prozess. In unserem Beispiel ist das der Wandel vom kabelgebundenen Telefon zum Mobilfunk und der anschließende Wandel von einem klassischen Mobiltelefon zu einem Smartphone. In dem Moment, wo wir uns Innovationskurven anschauen, betrachten wir typischerweise auch die Marktdurchdringung. Da gibt es Innovatoren, die sehr, sehr früh auf eine Technologie aufspringen, dann die große Mehrheit und eben auch Nachzügler, die sehr spät erst eine Technologie nutzen, wenn sie ausgereift ist. Also am oberen Ende ihrer S-Kurve angelangt sind. Es ist damit eine willentliche Entscheidung, ob eine Technologie zum Einsatz kommt oder nicht. Das ist aber noch nicht alles. Transformationsrelevante Technologien haben eine weitere Besonderheit. Und die schauen wir uns jetzt hier in diesem Büro der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts an. Verändere ich in diesem Büro die Technologie, wechsle also das alte kabelgebundene Telefon gegen ein Mobiltelefon der ersten Generation oder gegen ein Smartphone, verändert sich nichts. Erst ein organisatorischer und kultureller Wandel ermöglicht den Wandel von Büroarbeitern zum digitalen Nomaden, der von überall auf der Welt seiner Tätigkeit nachkommen kann, solange nur ein Internetanschluss hat. Transformationsrelevante Technologien sind also Technologien, bei denen der organisatorische und kulturelle Wandel zwingend erforderlich ist, um das Potenzial der Technologie überhaupt einzusetzen. Warum ist das überhaupt relevant? Als ich vor 15 Jahren nach Ulm gekommen bin, gab es durchaus erfolgreiche Unternehmen, die aber nur einen einzigen PC-Arbeitsplatz hatten, der mit dem Internet verbunden war. Zu groß waren die Sicherheitsbedenken im Vergleich zu dem Potenzial, das man in dieser Technologie gesehen hat. Und wer den Wandel vom Mobiltelefon zum Smartphone mitgemacht hat, wird sich vielleicht daran erinnern, dass er zu Beginn mit diesem Smartphone genau das gleiche tun konnte wie mit dem Telefon, nämlich telefonieren. Ein Zugriff auf E-Mails oder den Kalender oder die zentralen IT-Systeme war schlichtweg nicht vorgesehen, obwohl technologisch schon lange machbar. Und selbst im Jahr 2020 hat sich eindrucksvoll gezeigt, wie unterschiedlich Unternehmen Homeoffice-Technologien adaptiert hatten. Für manche fand überhaupt keine Veränderung statt, weil sie Homeoffice schon lange als reguläres Element ihrer Arbeitsorganisation eingesetzt hatten. Für andere war es ein schmerzhafter oder womöglich gar nicht vollziehbarer Wandel. Es ist also wichtig zu erkennen, wenn ich transformationsrelevante Technologie einsetze, um das volle Potenzial zu erschließen. Meine kleine Aufgabe für euch heute ist, schaut euch in eurer Organisation um, wo ihr transformationsrelevante Technologie im Einsatz habt. Das Thema Telefonie habt ihr schon gesehen. Als Hinweis gebe ich euch mal noch die Themen Umgang mit Daten und Umgang mit Dokumenten. Denn auch dort gibt es transformationsrelevante Technologien. Und vielleicht langt die Erkenntnis, aus dieser Aufgabe ja schon etwas zu verändern. Im nächsten Video geht es dann noch um die Veränderungslücke. Ein Problem, das sich eben aus transformationsrelevanten Technologien ergibt im Unternehmen. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert unseren Kanal, um regelmäßig über unsere Videos informiert zu werden. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, euch eure Fragen und Kommentare zu beantworten. Bis dahin bleibt mir aber nur noch euch viel Freude bei der Veränderung zu wünschen. Frisiertes Futter dazu, habt ihr jetzt ja. Macht's gut und bleibt gesund! Futter dazu, habt ihr jetzt ja.